Der ukrainische Präsident Zelensky stellt heute seinen Siegesplan im russischen Angriffskrieg vor. Nach wochenlanger Diskussion präsentiert er ihn im Parlament in Kiew. Der Plan bestehe da aus fünf Schritten und drei weiteren geheimen Schritten, so Zelensky. Aktuell besetzt ja Russland rund ein Fünfte der Ukraine, ukrainische Gebiete abzutreten. Das schließt Zelensky aus. Trotzdem hofft er, Russland zum Frieden zwingen zu können. Eine Einladung der Ukraine in die NATO soll dann Teil der Strategie sein. Genaueres ist aber da noch nicht bekannt. Außerdem fordert die Ukraine, dass westliche Waffen für Ziele auf russischem Territorium freigegeben werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017